Smash Gap aufgesetzt, Gang Kierke angesetzt, Scheine in den Tag, ja, alles ist gesetzt. Jo, meine Freunde, was geht ab? Und herzlich willkommen bei den XRP Bros. Ja, Leute, neuer Tag, neue News, XRP News. XRP Deutschland ist heute wieder mal... Heute mal Rap und kein Gesangsschienen, oder was da los? Ja, heute, Cappy, umgedreht, Luis, so jung werden wir nie wieder wie heute, morgen sind wir älter. Auf jeden Fall, schauen wir uns die XRP News an. Unter anderem, David Schwarz hat wieder mal eine Zahl in den Raum geworfen, müssen wir unbedingt drüber sprechen. Und vieles mehr, deine Freundin Emily hat auch etwas gepostet und, 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 deine Olga-Geschichten kommen auch. Dies und vieles mehr in diesem Video. Ich würde einfach mal sagen, um uns zwei und vor allem die Familie zu unterstützen. Abonnieren wir alle diesen Kanal, drücken dick auf, gefällt mir in diesem Sinne. Rein in die Olga. Einsteigen und Bitcoin kaufen beim Marktführer. Spitpanda. Der FC Bayern, das Krypto, da muss ich doch dabei sein. So, bevor es losgeht, Luis, ne, würde ich mal sagen, schauen wir mal hier rein. Vor allem müssen wir uns unseren Liebling XRP anschauen, denn eine Seitwärtsbewegung ist immer noch am Gange, ne? Ja, die 60-Cent-Marke, die hält sich jetzt durchgehend und staut sich da definitiv auf. Wenn wir jetzt auch nochmal Bitcoin sehen, haben wir gestern, ja, fast die 70.000er-Marke angetestet und haben dann wieder einen Rücksetzer gesehen. Und trotz dem großen Rücksetzer wieder, oder in Anführungsstrichen großen Rücksetzer, bleibt XRP immer noch komplett stabil. Unser Lieblings-Stablecoin auch hier am Start. Nein, aber Spaß beiseite, wirklich sehr, sehr gut. Und ich denke, dass das auf jeden Fall mit der Klage zusammenhängt. Hier wird durchgehend immer nachgekauft. Viele wissen natürlich, was jetzt auf uns zukommt, dass jede Zeit, dass Dinge vorbei sein kann. Und dann natürlich bei XRP einen relativ großen Anstieg sehen werden. Das ist meiner Meinung nach auf jeden Fall Fakt. Spiegelt sich auch hier im XRP-Preis wieder. Absolut, Luis. Ich finde es besser, wenn wir seitwärts gehen, bevor wir richtig tief gehen. In den letzten Tagen habe ich gesehen, der eine oder andere Coin ist heftig tief runtergegangen. Gab es natürlich Panik, aber bei uns richtig gesunde Seitwärtsbewegung. Und da erwarte ich natürlich einen Push. Und vor allem, was ich noch hier gesagt haben wollte, hat nichts mit XRP-News zu tun. Aber Cardano auf Platz 10, 40 Cent, schmeckt. Ich sage dir, ich schreibe es hier auf, Luis. Cardano, achte auf Cardano. 40 Cent ist noch sehr, sehr lecker bei Cardano. So, reden wir mal kurz über David Schwarz, Luis, was auch sehr interessant ist. Was ist da für eine verrückte Zahl? Ja, hier hat David Schwarz mal wieder die Community ein bisschen getriggert, würde ich sagen. Und er sagt, ihr kennt jemand, die mathematische Bedeutung der Zahl 2.137.453. Und jetzt ist auf jeden Fall eine Frage, was könnte das hier sein? Ist ja der Preis 2 Millionen hier bestätigt pro XRP, Sinan. Nein, Freunde, Spaß beiseite. Das ist natürlich hier nur ein kleiner Gag. Aber wir wissen ja, David Schwarz, der hat in der Vergangenheit immer mal wieder irgendwelche kleinen Rätsel rausgehauen. Und er findet das auf jeden Fall immer witzig. Er hat damals vor mehreren Jahren nochmal von Brad Garlinghouse, vom CEO von Ripple, einen auf die Finger bekommen. Und gesagt gekriegt, jetzt fahr mal ein bisschen runter. Das könnte auf jeden Fall gefährlich werden. Aber hier können wir nochmal spekulieren, Sinan. Ich habe gehört, also ich habe jetzt in einige Gruppen gelesen gehabt, viele spekulieren auf 2.137 Dollar. Und das ist ein Cent daneben. Ja, besonders wenn man jetzt hier nochmal sieht, haben sie eine Idee, was die Regel hinter dieser Sequenz sein könnte. 1, 12, 35, 94, 135, 186, 248, 344 und 387. Könnten das die nächsten Steps sein, wo XRP landen wird, eventuell? Ja, wie gesagt, Freunde, jetzt hier Spaß beiseite. Man kann natürlich immer hier spekulieren. Ich persönlich denke, dass das natürlich einfach nur wieder irgendwelche Späße von David sind. Und natürlich kann keiner hier in die Zukunft schauen und genau die Steps von irgendwelchen Preisen vorhersagen. Das ist absolut nicht möglich. Aber trotzdem hier nochmal vielleicht auch, um uns vielleicht zu demonstrieren, dass der Preis vielleicht doch hoch geht. Hier kann man auf jeden Fall spekulieren. Ja, aber die Schritte, nächster Schritt 1 Dollar, danach 12 Dollar, danach 35 Dollar, finde ich gar nicht so verkehrt eigentlich. Könnte auf jeden Fall sinnvoll sein, definitiv. Ja, und da hat auch einer geantwortet, XRP und deine Mutter. Ich weiß nicht, also ich will dir nicht zu nah treten, ne? Ich weiß nicht. Mein Account ist das nicht, Sinan. Also ich weiß nicht, vielleicht ist das deine Mutter. Ist sie auch XRP-Fan? Ist deine Mutter in XRP investiert? Das sowieso. Also die ganze Familie ist komplett bullish. Ich dachte, ihr seid doch eine Shiba-Familie. Ne, das ist doch ein Zinan. Ich glaube, da hast du dich bald geformiert hier. Ja, um nochmal auf den guten Herren hier einzugehen, sagt er hier, die Zahl 2.137.453 ist eine Primzahl. Das heißt, sie ist nur durch eins und sich selbst teilbar. Es ist eine ziemlich große Primzahl und soweit ich das beurteilen kann, hat sie keine besonders speziellen mathematischen Eigenschaften, die über ihre Primalität hinausgehen. Es ist keine, es ist keine Primzahl, keine Fakultät, keine perfekte Zahl oder so etwas. Es ist nur eine große, gewöhnliche Primzahl. Oder wie gesagt, hier einfach nur die Schritte, wo wir jetzt die nächste Zeit vielleicht hingehen, Freunde. Können wir in der Beschreibung mal hier in der Grundnahme spolieren? Können wir gerne spekulieren, aber der David Schwarz hat noch etwas gepostet, worüber wir auch definitiv sprechen müssen. Ja, mein Freund arbeitet in einem digitalen Montagewerk und ich war sehr beeindruckt, als ich am Montag sagte, das auf ihrem Schild stand, dass ich seit 10.000, 10 Tagen keinen Unfälle hatte und am Mittwoch war ich weniger beeindruckt, als es hieß, keine Unfälle seit 10.100 Tagen. Hier haben wir noch mehrere Spekultats in den Kommentaren. Wir können ja, wie gesagt, bei uns in den Kommentaren spekulieren, was David hier uns sagen möchte. Hier vernünftige Binärformeln. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen. Auf jeden Fall finde ich es immer wieder kurios, was hier bei David im Kopf abgeht. Ich habe irgendwie das Gefühl, der David hat irgendwelche Störungen. Er hat irgendwelche Störungen, dass er irgendwie, er möchte der Welt irgendwas mitteilen, aber seine Message kommt nicht an. Aber er darf eigentlich vielleicht. Ich bin dafür, dass wir Olga wirklich dahin schicken. Und ich habe gehört, Olga kann da einiges. Du hast mir doch selber letztens erzählt, wie schöne Hände Olga hätte. Ja, super weich. Ja, vielleicht sollte Olga auch mal den David besuchen mit ihren weichen Händen, Luis. Wäre gar nicht verkehrt. Da könnte David auch mal Rodeo reinmachen. Ja, was war das eigentlich? Komm, wir sprechen mal kurz darüber. Ihr wart jetzt hier im Dorffest unterwegs und da habe ich gehört, war da so ein Bulle oder ein Rodeo und so. Und du bist schnell runtergefallen, aber Olga hat sich gepackt und ja. Die hat das Ding komplett abgerissen, muss ich sagen. Ja, was war das also? Die Menge, die war im Toben und ist komplett ausgeflippt. So, schauen wir uns mal das hier an. Ja, und hier haben wir ein Statement von der Crypto Barbie und das ist wirklich beeindruckend. Und zwar geht es um die Konferenz für digitale Währung und die findet dieses Jahr vom 23. bis 24. September in London statt. Und Ripple wird neben allen großen Playern des Spiels dabei sein. Schauen wir uns auch hier nochmal an, was für Player da stehen. Hier ist Stellar auch am Start, Ripple und da wirklich große, große Unternehmen wie die BIS, Bank of Canada. Wir können jetzt hier jedes Unternehmen vorstellen. Viele Zentralbanken, ne? Genau, Zentralbanken, die am Start sind. Central Bank of Indonesia, Nigeria und so weiter. Visa etc. auch, ne? Das ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Also die größten Big Player hier am Start, die entscheiden, wie die Zukunft gerade bei digitaler Zahlung vorangehen soll. Und da ist Ripple und Stellar definitiv einer der größten Fintech-Unternehmen. Darüber wollte ich kurz mal sprechen mit dir, Luis. Ich weiß, die letzten Jahre gab es dann immer Gerüchte, ja, da wird irgendwas angekündigt, sag ich mal, weil Ripple eine Rede hält. Da wird was richtig Fettes angekündigt und so. Ich weiß nicht, ob das dieses Jahr irgendwas angekündigt wird. Ich gehe davon nicht aus. Obwohl das mit den 23, 24 könnte so ein bisschen passen, ne? Ja, aber ich finde immer so Ankündigungen, finde ich auch immer schwierig. Das ist alles, finde ich, ein großer Teil des Ökosystems, was aufgebaut wird. Genau solche Systeme, genau solche Veranstaltungen braucht Ripple, damit große Institutionen, sag ich mal, weiter connected werden. Damit sie das System verstehen und auch in Zukunft mit diesem System arbeiten. Und gesagt, dahin forschen, dass wir genau zu diesem Punkt hinkommen, wo wir hinwollen. Genau, hier auch nochmal sehr interessant im Hintergrund. Wir hatten schon wieder einen, ja, Preisglitch. Ja, wir hatten absolut einen Preisglitch und da war kurz auf Maxi, war ein XRP kurz mal 2 Dollar wert. Diesmal nicht so ein hoher Preisglitch wie sonst immer, sondern hier jetzt diesmal auch 2 Dollar. Finde ich auch wieder bemerkenswert. Was da los ist, ja, haben wir auch schon wieder Spekulationen zu gehabt. Immer und immer wieder nur bei XRP die Preisglitch sind. Wie kann das denn sein, dass nur bei uns immer so ein Preisglitch gibt? Ich meine, es können immer überall Preisglitches entstehen, aber bei XRP ist es auf jeden Fall komischerweise sehr, sehr häufig. Ja, da wurde auch gepostet, was passiert im Hintergrund, also hinter den Kulissen, was sehr interessant ist. Ja, viele behaupten ja, dass der Preis extra klein gehalten wird. Und hier haben wir einen wichtigen Termin, wo wir vor ein paar Wochen schon drüber gesprochen haben und jetzt wird es endlich zur Realität. Und zwar geht es um die CME Group und CF Benchmarks, die jetzt die neuen Pläne ab dem 29. Juli ankündigen. Und zwar zwei neue Kryptowährungen, Referenzkurse und Echtzeitindizes für Ripple XRP und Internetcomputer ICP werden eingeführt. Was unglaublich wichtig für den Derivatenmarkt ist, haben wir letztens auch schon drüber gesprochen. Das ist oder eröffnet nochmal unglaublich große Gelder, die in XRP, wie gesagt auf den XRP Ledger fließen können. Und zwar müssen wir auf jeden Fall darüber sprechen, denn wir haben letztes Mal über Matrix gesprochen gehabt. Der eine oder andere ist auf jeden Fall reingegangen und hat gefallen an Matrix und vor allem auch an die Web3-Sache, an das Spiel und, und, und gefunden. Und wir wollten jetzt ein kleines Update zu Matrix kurz mal machen. Wir haben gesehen im letzten Bullrun, was der Gaming-Bereich für den Performance rausgehauen hat und ich kann mir vorstellen, dass das im zweiten Bullrun, also der zweiten Bullrun-Phase auch passieren wird. Hier haben wir Möglichkeiten für kulturelle Unterhaltung, Plattform und Infrastruktur im Web3-Bereich, also Beschleunigung von der Blockchain generell. Hier sehen wir das ganze Ökosystem nochmal, was wir für Möglichkeiten hier haben. Im letzten Video haben wir über das Projekt auch schon gesprochen. Also es wird in Zukunft hier Apple, Android und allen möglichen Plattformen, sag ich mal, geben, wo man, ja, das Projekt oder das Spiel, sag ich mal, runterladen kann. Genau wie der NFT-Handel. Was jetzt aber deutlich wichtiger ist, ist der 29. Juli. Luis, wir machen ja jetzt gerade ein Update-Video, weil wir darüber sprechen wollen, dass es Mining auf OKX gibt, ne? Ja, am 29. Juli ab 6 Uhr soll das Mining auf OKX kommen. Also eine sehr, sehr geile Sache, um hier noch weiter Gelder zu generieren. Und das ist natürlich nicht das Einzige, denn am 5.8. soll auch der MAX-Token, also der TGE, am Start gehen. Also auch eine sehr, sehr geile Sache. Hier haben wir den Fire-Token, der jetzt auf Platz 693 ist, mit einem Preis von 1 Dollar und 4 Cent. Aktuell hält er sich auch noch aktuell, ganz halt in der Seitwärtsphase. Müssen wir natürlich jetzt beobachten, wie die beiden Projekte jetzt performen. Ich finde das auf jeden Fall sehr bullisch, wenn man hier das Mining mitbezieht und hier noch über dieses Projekt, sag ich mal, passives Einkommen generieren kann und nicht nur während des Spiels, sag ich mal. Absolut, Luis. Die Sache ist, dass Matrix, was viele nicht mitbekommen, einfach weitermachen, ne? Und wie du schon sagst, im letzten Bullenmarkt war die Gaming-Branche viel größer als jetzt, bin ich der Meinung. Und ich kann mir vorstellen, dass wieder ein Push kommen wird, ne? Gaming, zum Herbst, Winter ist Gaming immer stark gewesen und vor allem im Bullenmarkt war sehr, sehr stark. Meistens ist man im Winter zu Hause. Was macht man? Ja, zocken. Draußen ist alles kalt, nass, etc. Der eine oder andere wird dann öfter socken. Es geht auf jeden Fall hier voran. Wie gesagt, die Börsen sind am Start, das Projekt prescht voran. Also nicht nur für Gaming-Fans, die sich jetzt gerade für Krypto-Gaming interessieren, ist es ein interessantes Projekt. Denn hier kann man definitiv, wie ich gerade schon erwähnt habe, mit dem Mining und ja natürlich mit Spekulationen natürlich Geld verdienen. Natürlich alles nur unsere persönliche Meinung. Das Projekt ist noch sehr, sehr klein. Hier gibt es natürlich Möglichkeiten, natürlich weit nach oben, aber auch natürlich sein Geld zu verlieren, wenn das Projekt nicht performt und nicht das einhält, was sie machen wollen. Hier haben wir nochmal das White Paper und wie gesagt, die Roadmap, was sie jetzt schon alles eingehalten haben, was schon passiert ist und was in Zukunft noch offen zukommt. Genau, was sie noch vorhaben, ne? Man sieht bei dem Projekt auf jeden Fall, dass hier ein vernünftiges White Paper, vernünftiges Team hinter steckt, dass es jetzt nicht irgendein Mean-Coin-Projekt oder sonst was ist, sondern sie wollen wirklich im Gaming-Bereich, im Krypto-Gaming-Bereich anpacken. Und deswegen denke ich, dass sie am 29.07. mit dem Mining-Event, sag ich mal, was auf OKEX kommt und den 5.08. mit dem TGE gut nach vorne preschen könnten. Genau, Leute, könnt ihr euch gerne anschauen. Unter dieses Video ist natürlich ein Link zu dem ganzen Schinken. Ich würde einfach mal sagen, um uns zwei, um vor allem die Familie zu unterstützen, abonnieren wir alle diesen Kanal, drücken dick auf Gefällt mir. Ja, schreibt in den Kommentaren, was ihr zu den ganzen News sagt. Ihr kennt das Spiel. Schaut auch gerne in der Beschreibung bei unserem Werbepartner vorbei. Da gibt es auch noch gerade einen 50-Euro-Betons-Konus. Alle Teilnahmebedingungen gibt es auch da in dem Link in der Beschreibung. Genau, werd auch du ein Teil unserer Instagram, Telegram, TikTok, Telegram. Wenn ihr süßt. Like den Kanal und bleib mit uns auf ewig hier verbunden. Im Kryptosektor sind wir alle Sändler oder Kunden. Der Kryptosektor hat genug Benzin in seinem Tank. Sina-Lewis-Bo-Doppel-Z sagt von Herzen Dank.